Rutscht nacheinander die Rampe ins Becken hinunter, fischt ein Geheimnis heraus und lest es laut vor. Ratet dann, wem das Geheimnis rausgerutscht sein könnte und besiegelt eure Vermutung mit einem Kuss. Liegt ihr richtig, bekommt euer Team einen Punkt. Wer mehr Punkte sammelt, gewinnt die Challenge. Jungs, wir fangen an. Würdest du nicht, André, küsst? Der Kuss gestern war schon echt. War schön. Ja, der war gut. Das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr auf den Kappel bin. Und ich würde jetzt echt nicht meinen, ich würde jetzt ihre schönen Augen nicht in den Tränen sehen wollen. Der Spielerschutz steht bei uns natürlich an erster Stelle. Bitte gründlich marinieren. Natürlich ist die Würde des Menschen unantastbar. Aber von einem Schleimbad steht ja nichts im Grundgesetz. Schleimbärder sind okay. Meine Brüste heißen Erna und Frieda. Ich weiß, von wem das kommt. Wenn Yassin auf Denise tippen will, muss er ihr einen Kuss geben. Wird er Samira das antun? Ja, ist halt ein Spiel, ne? Ja! Ich meine, der hat ja einen guten Körper. Ich hatte mal was mit einer Frau. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Das ist ganz klar. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht lese. Ja, wir haben jetzt super geredet. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt mit Carla kümmern. Malke, ich muss richtig kümmern. Sie sagt zu mir, dass du kannst küssen, wenn du... Nein, ich mach das auch versprochen. Bruder, das gibt richtig Stress. Nein, nein, nein. Okay, okay, komm, ich spiele. Okay, 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 okay. Ich spiele. Ja, okay, okay. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, okay, okay. Ich kann am wenigsten küsse. Ich hab mich nicht da drauf konzentriert. Vermöcher weiß er ganz genau, wo sein Platz ist. Das weiß leider auch Melissa. Und sie hätte doch so gerne einen, der sie gerne küsst. Was ist los? Hey, Kuss. Wow. Wir haben einen Kuss, gell? Du wolltest das scheiß drauf. Nein, das ist alles zu viel. Sie hat gerade keinen Islander, zu dem sie sich irgendwie hingezogen fühlt. Dann noch die ganze Situation war vielleicht für sie einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube, sie ist im Endeffekt auch ein ganz schüchternes, süßes Mädchen. Und ja, das löst direkt in einem so ein bisschen Mutterinstinkte aus, sag ich mal. Alle zusammen Gruppe kuscheln. Auf YouTube Love Island abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen. Hey, bis next time. Überras работать. Untertitelung des ZDF, 2020